Die heutige Geschichte Trägt den Namen der Berggeist In einer Halle aus grünen Smaragden Auf einem Thron aus Bergkristall Saß der große Berggeist Und war betrübt darüber Dass die Menschen ihn vergessen hatten Es muss doch einen Weg geben Die Menschen an mich und mein Reich zu erinnern Dachte sich der große Berggeist Aber sie sind noch so jung Ermahnte er sich im selben Gedankenzug Zu jung, um alles sehen oder verstehen zu können Jedoch nicht zu jung, um liebevoll zu sein Dafür ist man nie zu jung Entgegnete eine Stimme Der Berggeist schaute sich erstaunt in seinem Saal um Vor ihm stand eine kleine Blume Die jedoch viel älter und reifer Und auch schöner wirkte Als alle Blumen, die der Berggeist In seinem langen Leben erblickt hatte Wer bist du? fragte der Berggeist die Blume Ich bin eine Rose, die Königin der Blumen Und ich bin hier, um dir einen Vorschlag zu unterbreiten Denn auch mein Reich, das Reich der Blumen und der Pflanzen Droht mehr und mehr in Vergessenheit zu geraten Was schlägst du vor? fragte der große Berggeist Lass uns gemeinsam etwas schaffen, das es zuvor noch nie gegeben hat Einen Stein mit der Seele einer Pflanze Etwas, das deine Welt der Unsterblichkeit mit meiner flüchtigen Welt von Frühling und Sommer verbindet Antwortete die Rose Eine gute Idee, wahrhaftig, freute sich der Berggeist Von nun an soll der Quarz mit deiner Farbe und deiner Liebe gefüllt werden Auf das die Menschen den Wert ihrer Umwelt wieder erkennen Der Berggeist und die Rose begannen sogleich mit der Arbeit Als die beiden das Ergebnis betrachteten, stellte sie es in gleichem Maße zufrieden Von nun an sollst du Rosenquarz heißen Sagte der Berggeist, als er das neue Gestein erblickte Und du mögest dem Menschen die Liebe wiederbringen In welcher Form sie auch immer gebraucht wird Sagte die Rose zu dem neuen Mineral und wünschte ihm noch alles Gute Von diesem Moment an wurden überall auf der Welt Rosenquarze gefunden Wann immer du diesen Stein siehst Denk einfach kurz an den großen Berggeist und die Königin der Blumen Und danke ihnen für ihr Geschenk Dann war ihre Arbeit nicht vergebens Und danke ihnen für ihre Arbeit nicht vergebens